Es ist kaum zu glauben, aber wir sind wieder vollständig. Steven ist zurück, wir sitzen zu dritt zusammen im Studio und haben in der heutigen Folge von Kino oder Couch unter anderem über das Netflix-Märchen Demsel gesprochen. Und natürlich haben wir über die Besetzung des neuen James-Bond-Films mit Aaron Taylor-Johnson uns ausgiebig ausgetauscht. Außerdem, ganz, ganz wichtig, weil ich heute endlich wieder dabei sein darf, war es mir wichtig, nochmal über die Reality-Satire oder Serie The 50 zu sprechen. Und wir haben uns alle Roadhouse angeguckt und erzählen euch, was wir von diesem Remake halten. Alles jetzt in einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Kino oder Couch. Und es ist kaum zu glauben, nach einer gefühlten Ewigkeit sitzen wir hier alle drei gemeinsam live in Farbe und bunt gemeinsam im Studio. Und wir freuen uns natürlich, dass Steven wieder an unserer Seite ist, der, glaube ich, vier Wochen nicht zu Hause war. Ich war vier Wochen nicht zu Hause. Ich freue mich auch sehr, dass ich wieder bei euch Platz nehmen darf. Auch wenn ihr die Möbel alle rausgeräumt habt, sodass nur noch zwei Platz haben, habt ihr dann am Ende gesagt, komm, geben wir ihm die Bierkiste, da setzt er sich dann drauf, der alte Sack und dann geht's los. Das habe ich getan. Das hast du getan, ich wusste es. Nee, aber das ist echt so absurd, wenn man sich das nochmal überlegt. Aber das waren echt vier grandiose Wochen. Wir haben ja auch viel miteinander geschnackt zwischendurch. Aber es ist schon absurd, aber schön. Was hast du sonst noch so erlebt nach den Oscars? Achso, ich war jetzt zwei Wochen lang in München und da haben wir sechs brandneue Folgen von Joko und Klaas gegen ProSieben aufgezeichnet. Also es sind ja nicht mehr nur fünf, sondern sechs Folgen pro Staffel. Und das Absurde ist, wir haben unsere Jubiläumsstaffel gehabt, weil wir sind jetzt bei über 50 Shows. Und das ist echt geil. In der heutigen Fernsehzeit, weil als wir angefangen haben, haben wir gedacht, gut, wenn wir das ein-, zweimal machen dürfen, dann ist super. Ich meine, jetzt haben wir über 50 im Kasten und ganz tolle Spiele wieder. Wirklich großartige Gäste. Wir haben von Emilio Sacraia über die Beltenbrüder, von den Discountern bis Esther Schweins, Wiegal Boning, haben die sich wirklich Riesenmühe gegeben. Und das Team ist einfach echt mega. Also das wisst ihr ja auch, das ist ein Geschenk, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die einfach Bock drauf haben, die auch jeden Tag, und das ist dieser klassische Spruch, bereit sind, die extra Meile zu gehen. Und das machen die da alles. Das ist echt Wahnsinn. Und nach zwei Wochen merkst du dann einfach auch, was da für Arbeit drinsteckt. Und jetzt bin ich froh, endlich wieder zu Hause bei euch zu sein. Genau. Und ich habe viel geguckt zwischendurch. Also das heißt, wir können eine Menge Dinge besprechen. Ja, und wir haben auch noch hier Nachholbedarf von allen Seiten, Tim und ich. Ja, ja, aber richtigen Nachholbedarf, weil Anja und ich letzte Woche hier saßen und wirklich fassungslos, ratlos, auch traurig waren. Dass ich nicht da war. Oder ob dessen, was ich vorgeschlagen habe. Ob dessen, was du vorgeschlagen hast, weil das wirklich unsere Welt erschüttert hat. In ihren Grundfesten. Weil ich gesagt habe, wir sollen über The Fifty sprechen. The Fifty oder heißt es The Fifty? Ich weiß nicht, warum heißt es eigentlich The Fifty? Da sind ja nur Deutsch. Das weiß ich nicht. Also ich habe das vorgeschlagen, weil ich möchte dich wieder so einen klassischen, doofen Spruch benennen. Es ist wie der Verkehrsunfall, der schlimmste Verkehrsunfall, den du dir vorstellen kannst. Aber du kannst deinen Blick nicht davon abwenden. Und ich habe mich mit dem Regisseur von Joko und Klaas gegen ProSieben, haben wir uns so gegenseitig hochgepusht, weil er ist so ein totaler Reality-Fan. Johannes Spieker, liebe Grüße an dieser Stelle. Supergeiler Typ. Und wir haben uns da jeden Tag irgendwie drüber beömmelt. Und er hat das natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen, als ich dann. Ich bin ja der doofe Konsument. Aber er hat die Machart, er hat da drüber gesprochen. Und das ist ja, also vielleicht, um das mal für alle da draußen, 50 Reality-Stars werden in ein Anwesen in Frankreich eingeladen und müssen sich gegeneinander betteln und dann immer gegenseitig rausvoten. Und die machen so Spiele zwischendurch, die einfach an Banalität ein Kiefer gar nicht zu überbieten sind. Aber er hat das nochmal gesagt, und das ist ganz spannend, weil seine Aufgabe ist ja zum Beispiel bei uns in der Show, wirklich die Spiele visuell auch so aufzulösen, und dass du als Zuschauer das Gefühl hast, du bist voll drin. Du weißt, was da passiert. Und wenn du dir mal anguckst, wie einfach das da gemacht ist, du verstehst ja die Hälfte. Also die Spiele sind einfach erklärt, aber du verstehst nicht, was sie da machen, wenn du so reinschaltest. Und ich habe es vorgeschlagen, weil ich bin da wirklich hängen geblieben. Ich bin ja, ich finde ja auch hilfreich, ich bin ja ein Star-Hoop, mich hier raus, habe ich ja früher auch alles geguckt. Und es gibt so Reality-Shows, die gucke ich. Temptation Island, VIP und wie die alle heißen. Guckst du alle? Nein, das kann ich nicht. Aber bei The Fifty bin ich so reingerutscht, weil ich dachte so, welche 50 laden die denn ein? Ich kenne ja nur drei. Welche 50 sind das? Und kanntest du denn alle? Nein, ich bin total fasziniert gewesen, wer da in dieses Haus eingezogen ist. Ich behaupte auch immer noch, weil das keiner richtig nachgeprüft hat, ich behaupte auch, dass mindestens die Hälfte total unbekannte Komparsen sind, die auch gar keine Reality-Stars sind. Ja, das kann sehr gut sein, aber ich habe mir das angeguckt und alleine, wie die schon angekommen sind. Also wenn du dir jetzt mal alles anguckst, wie die angekommen sind, das war ja schon absurd. Also wie die in dieses Haus eingefallen sind und dann, was da entsteht. Also ich finde es so faszinierend, wie unfassbar intrigant die untereinander sind und bösartig. Und das ab Folge 1, ne? Ab Folge 1. Folge 1, Minute 10 oder so. Also die Jungs sind so wie wir, Timmy, früher, so waren wir mit 16. Schwer tätowiert, muskelbepackt. Nee, okay, du bist tätowiert, ich nicht, muskelbepackt bin ich, du nicht. Nein, aber das ist ja wirklich so, also die benehmen sich mit 30 einfach noch so, wie so testosterongesteuerte, pubertierende Teenager. Und das zu sehen, wie die sich die ganze Zeit, die ganze Zeit sind, erschrecken sich und dann umarmen die sich und dann hauen die sich die ganze Zeit Alkohol rein und da sind ja auch ein paar Kandidatinnen vor allen Dingen, die vielleicht nicht so viel Alkohol sich reinpumpen sollten und was da passiert und wie die unter, also die Frage ist ja immer so, sag. Anja, ich möchte nicht, dass jetzt hier falsche Bilder von mir in der Jugend entstehen, ja? Ich bin nie, niemals so durch die Gegend gelaufen. Steven ab und zu schon mal, ich war eher immer der Typ, hallo Steven, wie geht es dir? Ja, genau. Du warst immer der Ruhige, du hast immer alle beschwichtigt. Ist ja auch egal, aber die Frage ist ja, musst du das mit 30, Mitte 30 noch tun? Lass sie einfach spielen, dann kommen da irgendwie so ein paar Junge dazu, die, glaube ich, auch gar nicht wissen, was da passiert und dann gibt es natürlich diese alteingesessenen Reality-Stars, die ganz genau wissen, warum sie da sind, ne? Also, um Zwietracht zu säen, um zu intrigieren, um bösartige, also allein, also ich stelle, also was ich geil finde an der Serie sind unten die Kommentare immer zwischendurch, die in der Bauchbinde auftauchen, ne? So, du weißt doch gar, du kannst doch noch nicht mal bis 10 zählen oder sowas und was ich, also, und dann höre ich auch auf, dann reden wir mal über andere Sachen. Was ich so spannend finde, ist, es gibt doch diese Stimme des Löwen, der das alles immer begleitet und was ich nicht verstehe und das möchte ich gerne den Macherinnen und Machern dieser Serie mal ankreiden, du hörst und du merkst, dass das, was der Löwe während der Dreharbeiten gesagt hat und das, was im Nachhinein vertont wurde, so unterschiedlich klanglich ist, also, es heilt in der Serie oder es ist eine ganz andere, du hörst es, dass diese Bösartigkeiten, die der Löwe angeblich dann sagt, um die vorzuführen, alle im Nachhinein reingeschnitten sind und das finde ich total peinlich. Genau, das haben ja auch viele Kandidatinnen und Kandidaten gesagt, dass das einfach nicht, das, was man im Fernsehen sieht oder bei Amazon sieht, nicht das ist, was der Löwe oder diese Figuren im Allgemeinen zu ihnen gesagt haben, sondern im Nachhinein. Nee, vor allen Dingen, ich überlege dann immer so, wenn der Löwe dann irgendwie sagt, ja, ihr Blöd-Heinis oder sowas, ihr schafft das ja so und so nicht, dann gucken sie alle ganz normal in die Kamera und dann denke ich, okay, das ist ja eine reine Provokation. Aber lange Rede, kurze Sinn, ich habe es mir angeguckt, ich bin erstaunt über die Abgründe dessen, was menschlich zeitweise möglich ist und ich, aber wie gesagt, ich habe es mir trotzdem angeguckt, ich werde mir auch die letzten Folgen angucken und ich bin erstaunt darüber, dass die wirklich da alle reingehen und alle am Ende rauskommen und noch mehr davon überzeugt sind, dass das, was sie machen und was sie nach außen ausstrahlen, richtig ist. Ja, wie wichtig es ist. Das ist das Faszinierende, finde ich, an all diesen Formaten, aber das merkt man hier besonders, wie ernst und wichtig sich diese Leute nehmen. Also, die sind da und du denkst, ey, ihr macht wirklich so, ihr könnt nix, das ist ja beim Großteil der Leute, die können ja wirklich, die haben ja kein besonderes Talent. Großteil ist ja auch, gefühlt für mich, wie die Frau eigentlich nicht nur von bekannten Leuten gewesen irgendwie, also ob das jetzt, oder die Tochter, wer war hier dabei, von dem Roberto Blanco, die Tochter war dabei, dann war von, hier Malle Jens, die Frau, die lief da rum. Ja, aber sie sollen alle das machen, was sie machen wollen, sie sollen von mir aus alle das tun und kriegen, was sie wollen. Ich finde es nur, ich finde es nur erstaunlich, wie die miteinander umgehen. Und ich frage mich dann immer, ist das, haben wir ja auch lange drüber diskutiert, die erste Staffel von Big Brother, mit Slatko und Jürgen Milzki und den ganzen, da wusste ja keiner, was passiert. Also, die waren alle jungfräulich unterwegs, weil sie nicht wussten, was passiert, wenn du 24 Stunden beobachtest. Mittlerweile ist Reality ein so wichtiger Bestandteil der Unterhaltungsindustrie, also über Social Media, Fernsehen, Streamer. Und ich glaube einfach, und das habe ich eben auch gesagt, ganz viele wissen, welche Rolle sie bekleiden sollen. Also ich glaube, so ein Matthias Manchipane oder wie der heißt und dieser Sam Dillon, die wissen, die sind die Bösen. Die wissen, sie sind die Lester Queens. Sie sind diejenigen, die Salz in die Wunde streuen. und alles hintenrum, das merkst du einfach. Und das ist so absurd, weil am Ende sind die alle nur auf ihren eigenen Vorteil aus. Ich glaube, dass viele von den Jungs noch döver sind, als sie rüberkommen. Muss ich leider Gottes sagen, es sind einfach, das ist teilweise uneingenehm, deren Frauenbild, deren Weltbild, deren Gesellschaftsbild, deren Etikette. Aber es ist eben etwas, was entertaint in der Sekunde. Das muss ich leider zu meinem Leidwesen sagen. Das ist genau so. Es hat mich fasziniert. Deswegen habe ich es mal in die Runde geschmissen, weil das Ding ist auf eins die ganze Zeit gewesen und wird auch jetzt wieder auf eins steigen. Also es gibt ja genügend Leute, die sich das angucken und die auch Fans sind. Es gibt in einer Folge, wird eine von den Frauen, deren Namen ich vergessen habe, rausgewählt. Und wie die draußen auf die anderen zugeht, hast du das gesehen? In Folge eins, meinst du? Nee, nicht in Folge eins, das ist glaube ich Folge fünf. Da geht sie raus und da fängt sie an, Schimpfworte zu nehmen und wie sie die Leute, also beschimpft. Ihr habt mich rausgewählt, ihr Alten. Und dann geht alles, was du dir vorstellen kannst, noch schlimmer. Und ey, ich schlag euch tot, ich bring euch um. Wo du so denkst, boah, halleluja. Das ist völlig aus dem Kontext rausgerissen. Ja, wir haben letzte Folge ja schon intensiv darüber gesprochen, Anja und ich. und haben aber mehr Bauchschmerzen mit den Dingen. Wir reden jetzt eigentlich viel zu lange schon wieder darüber, aber wir haben mehr Bauchschmerzen mit dem Ding als du, weil es teilweise wirklich, ich glaube auch, da sind Leute dabei, die muss man vor sich selbst schützen. Ja, absolut. Und da sind auch Leute dabei, die schon lange dieses Pferd reiten. So ist es. Und mein Gefühl ist dabei, bei einigen Leuten, ich will jetzt keine Namen nennen, weil höchstwahrscheinlich da eine Klage reinkommt, ja, aber ich weiß, dass wir an ähnliche Personen denken, bei einigen denke ich, das nimmt kein gutes Ende. Also diese Teilnahme an diesen Formaten und dieses immer wieder sich produzieren, sich in der Öffentlichkeit so blank zu machen, auf verschiedenste Art und Weise, ist brutal ungesund. Und es gibt ja auch immer ein Nach dieser Sendung, wo diese Leute dann auch wieder, glaube ich, in ein Loch fallen und die sind ja so süchtig nach Aufmerksamkeit. Deshalb tun sie auch alles dafür, die zu kriegen. Das kann nicht gut enden. Und in Folge 1, die Namen, glaube ich, kann man auch sagen, ohne zu viel zu spoilern, ist ja auch diese Giselle Oppermann dabei, bekannt geworden über Jeremy's Next Topmodel. Dort schon damals von der Bild-Zeitung als die große Heulsuse durchs mediale Dorf getrieben. Und diese Rolle, die hat ja so verinnerlicht, also die wird hier auch relativ zügig rausgewählt und bricht dann da auch in Tränen aus und weiter. Und du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Mädchen, was, also du tust dir selbst keinen Gefallen, bei solchen Sachen mitzumachen. Aber die brauchen die Kohle höchstwahrscheinlich. Ja, und die haben es ja auch alle gelernt. Wie du sagst, die werden von Format zu Format geschleift und lernen ja dann auch, wie sie halt zu Sendezeit kommen und wie sie ja halt auch Follower generieren. Das ist ja nicht so, dass die keine Fans hätten, die die supporten oder die sie dann auch in Plätze gegen andere unterstützen. Aber warum folgt man solchen Leuten? Warum folgt man solchen Leuten auf Instagram? Das muss mir mal jemand erklären, weil man auch auf Instagram irgendwelche Peinlichkeiten, also ich kann verstehen, dass man sich so ein Format anguckt. Du hast es vorhin gesagt, das ist wie so ein Autounfall und man ist fassungslos darüber, wozu Leute fähig sind oder was Leute so machen. Bei Instagram ist dann so, ja, dann machen sie für Zahnpasta Werbung, keine Ahnung. Ich verstehe nicht den weiteren Effekt dann zu sagen, ich muss bei Instagram den Leuten. Ich auch nicht. Ich frage mich auch die ganze Zeit, gucken die sich selber an, was sie da gemacht haben? Also haben die eine Viewing-Party gemacht, dass sie sich alle 50 nochmal hinsetzen? Das machen sie, das weiß ich, das machen sie zum Teil, ja. Wirklich, dass die sich zu 10 hinsetzen und dann sieht XY, was A, B über sie gesagt hat. Und finden sich total geil dabei. Lass uns einmal über einen Film sprechen, den ihr letzte Woche schon angeteasert habt, auf dem wir uns ja alle sehr gefreut haben, und zwar Roadhouse. Ja. Ich meine, der Film, man muss das ja sagen, das Original, wenn man es Original nennen kann, mit Patrick Swayze, ist Ende der 80er Jahre rausgekommen. Es war ein ganz klarer B-Movie eigentlich eher, also es ist jetzt ja kein A-Lister, den hat er gedreht, glaube ich, zwischen Ghost und Dirty Dancing, um so ein bisschen von seinem Image wegzukommen. Ich fand ihn super. Aber den guckst du dir einfach, den guckst du so weg. Ich habe den jetzt nochmal angeguckt und dachte dann auch so, okay, ich gucke ihn mir trotzdem an und er hatte trotzdem noch Spaß. Und deswegen habe ich mich so darauf gefreut und ich dachte auch, Jake Gyllenhaal, den ich ja sehr, sehr gut finde, für mich einer der besten Schauspieler, der aber noch nicht, und das finde ich so schade, der hat noch nicht die Rolle gefunden, wie in Leonardo DiCaprio, um so zu glänzen, dass die Leute sagen, Alter, du bist ein richtig geiler. Ich finde, er ist ein richtig cooler. Und dann natürlich dachte ich in der Sekunde, Conor McGregor, oh, oh, hey, oh, hey. Und ich habe ihn mir angeguckt. Anja, was sagst du? Also ich habe mich, wie du schon gesagt hast, wahnsinnig auf den Film gefreut. Und ich habe, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass der für mich so Bud Spencer-Terence Hill-mäßige Schlägereien drin hat. Und dass das ja ganz wohltuend ist, mal zu dem ganzen Splatter-Gedöns, was sonst noch läuft. Und dass es viele flotte Sprüche gibt. Und zumindest die erste Stunde des Films hat das auch gehalten. Genau. Da habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Es war wirklich sehr lustig, dann ein bisschen romantisch. Und es ging wirklich irgendwie gut zur Sache. Man war sehr schnell drin. Und dann ist die zweite Stunde so ein bisschen weggeschnarcht. Und wurde sehr brutal. So ist es. Genau. Ich musste so daran denken, was du letzte Woche gesagt hast, weil das der Original, Patrick Swayze, Roadhouse-Film, hat auch brutale Szenen, Schlägereien, aber er hat nicht so ein Splatter-Ding und er ist auch nicht zu brutal. Dieser Film hier, der zweite jetzt mit Jake Gyllenhaal, der neue mit Jake Gyllenhaal, der kippt dann irgendwann. Und er wird dann wirklich teilweise auch unnötig brutal. Finde ich auch. Weiß gar nicht, warum das so gemacht werden muss. Er wird dann auch, was ich so schade finde, er wird dann unglaubwürdig teilweise. Also sind dann Action-Sequenzen drin. Das kommt vor allem durch die Rolle des Conor McGregor, der den Nox, ja den Hauptbösewicht spielt. Diese Figur bringt sowas rein, wo es ein bisschen albern dann auch wird, finde ich. Und das ist so schade, weil der Film wäre viel, viel besser, wenn man ein bisschen mehr in der Realität geblieben wäre, was er in der ersten Stunde ist. Da ist er sehr, natürlich sind die Szenen alles choreografiert, aber es hat nicht so ein over-the-top-Gefühl. Und das kriegt es dann zum Schluss hin. Und ich fand, die waren total gut choreografiert und ich fand auch den Sound da mega cool. Also das tut einem schon auch dann weh, wenn man so die Knochen knacken und brechen hört. Aber ich fand das soundtechnisch gerade am Anfang auch gut unterlegt. Und gerade die erste Stunde gibt einem ja auch dieses gute Gefühl, dieses mächtigen Helden, bei dem du das Gefühl hast, der hat alles im Griff. Und egal, was jetzt kommt, der löst es. Und der hat so eine lässige Souveränität, die einen selber einfach so erfreut. Das ist bei Reacher ja auch so ein bisschen das Ding. Genau, und das ist ganz spannend, dass du es gerade sagst, weil vor allen Dingen das Ende, ohne jetzt zu spoilern, er erinnert mich total an Jack Reacher. Ja. Und das Spannende ist, Jake Gyllenhaal hat auch im Interview gesagt, dass er diese Figur des Dalton so super findet, dass er sich gut vorstellen könnte, dass es weitergeht. Und dann kommen wir wieder genau zu dem Punkt. Das ist, also, ich finde die Sprüche super am Anfang. Ich finde auch ihn als Charakter cool. Der so ein bisschen, der brodelt so ein bisschen, aber er macht das so lässig. Er redet dann auch die ganze Zeit. Und sagst du, ja, sagt der Bösewicht, ja, ich habe ja eine Waffe im Hosenbund stecken. Und sagt er, ja, du hast die im Hosenbund stecken. Aber das ist ja total beknackt, weil bis du die gezogen hast, habe ich dir schon deinen Indexfinger gebrochen und dann kannst du nicht mal abdrücken. Und dann denkst du, ja, hat er eigentlich recht. Und dann bup, bup, bup. Passiert. Das ist, also, er hat so eine coole, lässige Art. Aber ich finde auch, die Brutalität tut diesen Film überhaupt gar nicht, gar nicht, also, es ist überhaupt nicht notwendig. Auch, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, als der eine dann vom Krokodil gefressen wird. Das ist ja alles lustig, also im Kontext, obwohl es ja eigentlich brutal ist. Aber Conor McGregor, und da kommen wir zu diesem Punkt, Conor McGregor hat ja schon ganz viele Filmrollen abgelehnt, sagt er ja auch, dass die ständig ankamen. Und dann hat er zum ersten Mal gesagt, das ist eine Rolle, die ich cool finde, weil ich auch Patrick Swayze und Roadhouse gut finde. Und dann haben sich ja Jake und er getroffen und sind ja relativ schnell auch miteinander klargekommen, weil Jake gesagt hat dazu, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Kampfszenen machen muss. Ich habe da sozusagen einen weißen Gurt. Und Conor hat gesagt, ich habe keine Ahnung von Acting. Ich habe da sozusagen einen weißen Gurt, wie jetzt im Kampfsport. Und deswegen müssen wir da so eine Symbiose schaffen. Und es gibt so ein paar ganz geile Sachen in dieser Riesenschlägerei, die die beiden haben, meinte Jake im Interview, dass sie so in diesen Lockgriffen waren. Und dann hat Conor ihm immer Anweisungen gegeben, was er als nächstes machen muss. Dann hat er immer gesagt, zieh den Ellbogen raus oder schieb den anders hin. Und Jake hat während dieser Kampfszenen ihm dann immer erzählt, wie er sich dann zu verhalten hat. Und das finde ich dann wieder ganz sympathisch. Ich meine, dieser Auftritt von Conor am Anfang, dein Italien, der spielt sich, glaube ich, einfach selbst. Das habe ich auch gesagt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja viele, die jetzt sagen, oh, der ist ja echt unterhaltsam, dieser Charakter. Und der McGregor, eigentlich ja nur ein Sportler, der spielt das ja richtig gut. Der spielt sich selbst. Ja, genau. Also jeder, der den mal live erlebt hat oder in ein paar Presseterminen erlebt hat, wird sofort merken, dass der Typ einfach einen Schuss, also einen Knall hat. Total. Also sowohl negativ als auch positiv. Das hat ja, glaube ich, diesem Sport, also Mixed Martial Arts und der UFC, der Verband, in dem Conor McGregor kämpft, wahnsinnig gut getan, dass sie auf einmal so einen Schnacker, so einen Showman da auf einmal hat, der auch noch sportlich richtig gut ist. Also er ist ja so ein bisschen so, was Mohamed Ali früher fürs Boxen war, ist Conor McGregor für die UFC gewesen. Er hat dem ganzen unglaublichen Push gegeben. Aber der hat halt echt nicht alle Marmeln richtig sitzen. Aber ich finde das eigentlich für die Rolle des Knox super, weil der so unberechenbar ist. Und das hast du von der ersten Sekunde. Also ich finde, du brauchst ja immer einen Helden und du brauchst einen super Antagonisten. Du brauchst ja einen Bösewicht, bei dem du sagst, und der eigentliche Bösewicht, der Brand oder sowas, der ist ja im Endeffekt völlig egal, weil du bei Conor McGregor einfach das Gefühl hast, ey, der isst sogar seine eigenen Kinder zum Frühstück, wenn er Bock drauf hat. Also wie er da durch, der ist ja wie so ein Tornado, was ich super finde. Aber wie gesagt, ich wollte noch mal eine Sache sagen, weil du das eben auch angesprochen hast. Das ist nämlich ganz spannend zu diesen Action-Sequenzen. Also ab jetzt von der Brutalität, weil der Regisseur ist ja Doug Liman, der hat ja Edge of Tomorrow unter anderem gemacht, den ich ja sehr, sehr gut finde mit Tom Cruise und Emily Blunt. Und der hat ja gesagt, er möchte was ganz Neues machen, auch Action-Technisches. Und ist zu den Stuntleuten gegangen und hat gesagt, ich möchte Kampfszenen choreografieren, die es so noch nie gegeben hat. Und da haben die Stuntmänner gesagt, ey, Junge, wir sind irgendwie im Kino. Es hat alles, alles schon gegeben. Und die haben dann was erfunden und das finde ich total spannend. Und zwar nennen die das, ich zitiere das ganz kurz mal, das heißt, also die haben auch Avatar und sowas gemacht, das heißt, der Garret-Shot oder Alphabet-Shot. Und zwar machen die das folgendermaßen, die drehen eine Kampfsequenz ganz normal choreografiert und drehen die dann nochmal nach. Und zwar haben die eine Art Polster gebaut, was sie auf die Kamera montieren und die Schauspieler dann dazu auffordern, mit voller Wucht in diese Kamera reinzuhauen, sodass du die Perspektive des Getroffenen hast. Und dann drehen sie das Ganze um und nehmen das Pad und hauen dann sozusagen, oder dieses Kissen und hauen dann sozusagen auf den Getroffenen ein und drehen das dann auch. Dann drehen sie das nochmal in Slow-Mo und dann drehen sie es nochmal nur in der Choreografie der beiden Kämpfer ohne die Kämpfer. Und wenn du dir dann nochmal vor Augen führst, was die da gedreht haben, ist mir zeitweise zu schnell. Das erinnert mich so an Transformers, wo du am Ende nur noch so einen Farbkleck siehst und gar nicht mehr weißt, wo ist jetzt ein Roboter und wo ist der Bösewicht. Aber ich finde die Herangehensweise total spannend. Ja, total. Also das sieht echt beeindruckend auch aus. Das klingt total spannend, wie du es gerade erzählt hast. Ich glaube, das waren alles die Momente, in denen ich mir die Hand vor die Augen gehalten habe, weil das halt wirklich so ein Gedresche dann irgendwann nur noch war und dann eh noch mit diesen Geräuschen. Ja. Ich bin da schon fasziniert von was Action-Scenen-technisch heutzutage alles mit der Technik möglich ist. Wir haben ja auch beim Film wie Tyler Rake Extinction 1 und 2 drüber gesprochen, über die unglaublichen Szenen, was auf ein neues Level das gehoben hat. Ich finde jetzt Roadhouse, neues Level würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon wirklich beeindruckend, die Action-Scenen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt. Ich habe mir den Gefallen, muss man wirklich sagen, den Gefallen getan, dass ich nach dem Roadhouse-Film mit Jake Gyllenhaal mir nochmal den Original-Roadhouse-Film mit Patrick Spacey angeguckt habe, der bei Amazon auch läuft. und der hat mir auch richtig Spaß gemacht noch. Ja, ja, also ich finde, an einigen Stellen ist er okay gealtert. Ja, aber ich finde es schon, gerade wenn du vorher dieses Action-Feuerwerk hast, denkst du, das ist jetzt irgendwie, klar war die Technik damals nicht so, aber das ist trotzdem auch sehr, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, es kommt auch ohne so viele Tote aus. Das ärgert mich ja bei den vielen Filmen heutzutage, dass der Held einfach wahllos dann Leute umlegt, das war bei Reacher genauso, da hatten wir auch drüber gesprochen, genauso das Ding, die legen einfach Leute dann um, aber es wird, es gibt keine Untersuchung irgendwie, man muss sich nicht davor fürchten, dass die Polizei irgendwann mal um die Ecke kommt und sagt, sag mal, hier sind gerade irgendwie fünf Leute gestorben. Das habe ich mich nämlich die ganze Zeit gefragt, weil im ersten Roadhouse mit Patrick Spacey habe ich gesagt, okay, in die Kneipe wäre ich auch reingegangen. Geile Musik, Jake, also ein bisschen, aber die Kneipe, wo Jake Gyllenhaal arbeitet, da wäre ich nie reingegangen. Nein, ich auch nicht. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, das Ding ist bumsvoll mit wirklich netten, attraktiven, freundlichen Menschen, aber ich habe gedacht, da wird nur gebeult. Ich meine, Wahnsinn, was da für Bands aufgetreten sind. In jeder Szene ist irgendwie eine neue Band, das ist ja im Original auch anders, der blinde Gitarrenspieler. Jeff Healy. Ja, genau, geile Band, aber jetzt im zweiten Teil habe ich die ganze Zeit gedacht, warum machst du das Ding überhaupt noch rauf? Ja, und wisst ihr, was ich auch weirdo fand, als er zu der Kneipe fährt und das Schild sieht, was die anteasert, stand da auch auf diesem Schild zum Roadhouse, American owned and operated. Und da dachte ich mir, das ist das Kriterium, womit die Leute dann von der Straße irgendwie in ihr Roadhouse locken. Offenbar ja. Offenbar ja. Ich fand ein bisschen schade bei dem Film, wo du gerade über die Bands gesprochen hast, dass ich die Musik nicht so geil fand in dem neuen Roadhouse-Film. Im alten ist sie super. Im alten ist sie nämlich super und das fand ich so schade, weil da sind ja ganz viele da, aber es war nicht eine Nummer dabei, wo ich gesagt habe, richtig cooler Song und in dem Original-Roadhouse-Film haben wir gerade gesagt, Jeff Healy-Band spielt da. Für alle, die Jeff Healy nicht kennen, hört euch den unbedingt mal an, ist mittlerweile leider schon verstorben, der Mann. Oh, das wusste ich nicht. Der ist nicht sehr alt geworden, weil der ist als Kind erblindet durch eine Krankheit, ich weiß jetzt nicht genau mehr, welche Krankheit das war und die ist dann wiedergekommen später und hat dann auch dafür gesorgt, dass er, glaube ich, ein Organversagen hatte. Oh Gott, oh Gott. Und weil der halt blind war, hat der Gitarre anders gespielt, als man das normalerweise macht, sondern das sieht man, der spielt in dem Roadhouse-Film mit Patrick Swayze ja auch so eine kleine Nebenrolle und ist da zu sehen, wie kann man sich angucken, wie er spielt. Also er hat die Gitarre immer auf dem Schoß liegen und spielt. Wie die seitlich. Seitlich so und ohne Plektron auch und war ein irrer Gitarrist, ein unglaubliches Genie und deshalb packe ich einen Song aus dem Roadhouse-Film, aus dem Roadhouse-Film von der Jeff Healy-Band auf unsere wunderbare Playlist, die sich langsam Stück für Stück füllt und zwar den Roadhouse Blues, das Original ist von The Doors und das hat Jeff Healy neu interpretiert und ich persönlich finde es besser als das Original. Geil! Und kommt auf die Liste. Und apropos, ich möchte auch einen Song von Roadhouse auf die Playlist packen. Vom Originalfilm oder vom neuen? Nein, vom neuen. Es war nur eine ganz kurze Sequenz, aber Jelly Joseph hat eine ganz tolle Version von Love'n Is What I Got performt. Das gibt es, glaube ich, so leider nicht auf Spotify, auch nicht beim offiziellen Roadhouse-Soundtrack, aber es gibt eine andere fantastische Version von der Band Sublime. Ein Song meiner Jugend. Sublime What I Got kommt auf die Liste. Und apropos Musik, habt ihr gesehen, dass Post Malone, der potenzielle Gegenkämpfer von Jake Gyllenhaal war, ganz am Anfang? Post Malone, ein Musiker, den ich immer mehr zu schätzen lerne, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, und ich finde, der macht das auch gut. Der passt auch perfekt rein. Das ist ja schon irgendwie bei diesen Käfig-Kämpfern, da sind nicht alle so 100% austrainiert, die man da sieht. Muss man ja auch nicht. Ich meine, wir sehen, wie heißt dieser Boxer, der jetzt alles schlägt gerade? Der lange, der verrückte. Der Tyson Fury. Ja, genau. Der ist ja auch nicht durchtrainiert. Nee, der ist auch nicht so richtig durchtrainiert. Aber ich würde gerne noch, ich packe auch gleich noch einen Song auf die Liste. Ich würde noch gerne zwei Sachen loswerden zu dem Film. Das ist nämlich ganz spannend. Der ist ja nicht in Amerika gedreht worden, sondern in der Dominikanischen Republik. Also alles das, was man sieht, ist nicht Florida Keys. Und es gibt einen kleinen Skandal um den Regisseur Doug Liman. Also Doug Liman hat sich ja vom Film distanziert. Da hat er keine Interviews dazu gegeben, weil er gesagt hat, diesen Film oder Filme auch auf Streaming-Plattformen muss man im Kino releasen, also zeigen, weil sonst das Kino stirbt. Und Amazon hat gesagt, nee, der war immer straight to streaming, also nicht ins Kino. Und dann hat er gesagt, dann möchte er damit nichts zu tun haben. Ist da total stolz drauf. Da haben sie alle anderen Leute interviewt, auch die Jessica Williams, die übrigens ja in einer großartigen Serie mitspielt. Also sie ist ja sozusagen die Auftraggeberin von Jake Gyllenhaal in einer Serie mit Harrison Ford, dieser Psychotherapeut-Serie. Ich kann euch allen nur Shrinking empfehlen. Und alle haben gesagt, ja, also sie können verstehen, dass er damit Leidenschaft für kämpft. Aber es war von vornherein klar, dass das ein Streaming-Film ist und dass er deswegen da auch released wird. Und dann haben sie Conor McGregor noch mal dazu gefragt. Und Conor McGregor ist natürlich der Unpolitischste von allen in seinen Antworten. Er hat gesagt, er möchte gerne mal mit Jeff Bezos telefonieren deswegen. Und er hat gesagt, er ist ein Kino-Fan. Er sagt, Filme müssen ins Kino. Und er hat davon geträumt, dass er seinen Namen oben sieht auf dem Billboard. Und deswegen wäre es für ihn auch wichtig, dass es im Kino passiert. Ja, weil Conor McGregor, ich glaube, so muss man sich einfach die Gehirnwündung von dem vorstellen. Der sieht sich nur groß. Ja, klar. Aber das ist ja auch völlig okay. Und eigentlich ist Amazon als Plattform viel zu klein für ihn. Sondern ich glaube auch, dass er sich gut vorstellen könnte, wenn der Film ins Kino gekommen wäre, hätte er Chancen auf einen Oscar gehabt. Aber der Leimann, ich finde es ein bisschen albern. Das muss man sich auch sagen. Ich finde es ein bisschen albern. Du unterschreibst Verträge dazu. Das ist ja von Anfang an kommuniziert. Der will mir doch jetzt nicht erzählen, dass er auf einmal am Ende der Dreharbeit gemerkt hat, ups, das Ding läuft jetzt nur bei Amazon und kommt nicht ins Kino. Das hat mir keiner verraten. Ja, ich meine, die haben das ja häufig gemacht. The Killers of the Flower Moon ist ja zum Beispiel auch ein Apple-Film und den haben sie trotzdem ins Kino gebracht. Das ist ja für ganz viele auch so gewesen, dass sie sozusagen in der Award-Season deren Filme nach draußen packen. Das ist ja auch immer noch Academy-Forderung, dass du die Filme ins Kino bringst. Wie gesagt, also aus Streamer-Sicht ist es ja ein Doppelvorteil, würde ich jetzt mal sagen. Du bringst den Film ins Kino und kassierst an der Box-Office, machst den populär, machst ihn groß. Also Roadhouse wird jetzt keine Rolle bei den Awards spielen, aber du bringst ihn raus und danach packst du ihn auf deine Plattform und hast den ja als Amazon-Prime-Kunde war da ja ein Paket drin. Ja. Also ich sage mal so, du hast größere Exposure, hast nochmal die Möglichkeit, Geld einzunommen. Ich finde eine Kombination und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich sehe es auch so wie du, die haben Lyman erklärt, der geht auf die Streaming-Plattform raus, der geht nicht ins Kino, aber ich finde trotzdem schon, dass man da anfangen muss, in irgendeiner Art und Weise auch wieder das Kino zu pushen. Das ist ganz wichtig. Das ist immer noch der Ort, an dem solche Filme auch am meisten Spaß machen. Oh Gott, ich bin hier. Gerade aus Wut das Mikrofon. Da habe ich mich richtig erschreckt, weil ich hier gegen das Mikro gedonnert bin. Ich verstehe die Entscheidung von Amazon auch nicht so 100 Prozent, weil, wie gesagt, nimm doch alle Ebenen mit. Und mach auf dem Weg auch, weil du natürlich so einen Film auch noch mehr ins Gespräch bringst, wenn du ihn auf die große Leinwand bringst, ja, auch noch mal Werbung für deinen Kanal. Du, am Ende. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ein Film, den kann man sich gut angucken, gut weggucken, aber ich finde in der Kombination, was du gerade gesagt hast, wenn ihr das Original nicht kennt, aus dem Jahr 1989, 1989, genau, dann schaut euch den auch noch mal an, weil der macht wirklich Spaß. Und ich finde, der zeigt einfach auch, und das muss man ja auch noch mal sagen, Patrick Swayze war ein Leading Man. Der war dafür geboren, die Leinwand zu beherrschen. Das klingt so doof, aber Ghost, guck dir das an. Ich meine, es gibt auch eine geile Empfehlung, lest euch mal das Buch von Patrick Swayze durch, vor allen Dingen die ganze Geschichte um ihn und Jennifer Grey zu Dirty Dancing, dass die ja keinen Bock aufeinander hatten. Und dann haben sie ja so eine Basis gefunden, um diesen Film zu drehen. Und ich meine, das ist immer noch eins der Liebespaare, die wir alle gerne auf der Leinwand geguckt haben. Also wie gesagt, ich finde Roadhouse, der Alte hat mehr Charme, der Neue hat, finde ich, viel Gutes, ist mir zu brutal. Und dieses, wir gucken mal, ob wir daraus noch einen Jack Reacher, und ich nehme jetzt einfach mal Jack Reacher, weil er dieser Lonesome Cowboy ja ist. Das sind ja auch immer diese Querverweise zwischendurch auf den Western. Und dann haben die ja auch gesagt, Doug Liman, Jake Gyllenhaal, dieser klassische Western, der Held kommt und reitet in den Sonnenuntergang. Aber wie gesagt, ich finde, der macht richtig Bock. Und ich muss auch sagen, ich fand diese, also seine Traumsequenzen richtig cool mit diesen Original-UFC-Aufnahmen. Und die haben die ja... UFC, nicht UFC. Das ist wie The 50 und The 50. Das ist wie jeder sagen möchte. The UFC. Aber die haben die ja wirklich aufgenommen. Ja, und in den Pausen. Also die hatten dann wirklich teilweise nur fünf Minuten Zeit, um da irgendwie was einzuspielen. Und das fand ich echt mega cool. Vor allen Dingen, wenn du da als Zuschauende auf den Rängen sitzt und dann kommt auf einmal irgendwie Jake Gyllenhaal da groß auf den Würfel. Und die ganzen Original-Protagonisten sind dabei. Aber da haben wir... Das hat er auch im Interview gesagt. Da hat Conor McGregor, der ist vorher raufgegangen. Das war ja ein richtiges Pay-Per-View-Event. Und dann ist Conor McGregor auf die Bühne gegangen und hat gesagt, Leute, Alter, ihr könnt jetzt in meinem ersten Film dabei sein. Give it up für Jake Gyllenhaal. Und dann ist er rausgekommen und haben sie alle gejubelt. Und Jake Gyllenhaal hat gesagt, die mussten das halt so timen, dass sie immer in den Slots zwischen den Kämpfen ihre Szenen drehen konnten. Und er meinte, er saß wirklich wie in so einem UFC-Fight. Dann kamen die anderen und meinten, Jake, du hast noch zwei Minuten, dann geht's los. Und dann sind die rauf, haben alles gemacht und er meinte, er war vier Tage da lang immer noch auf so einem High, weil die Leute halt ihm so eine Power gegeben haben, so durchgedreht sind. Und Conor stand oben auf der Bühne und ist dann noch ins Publikum gelaufen, hat er auch noch alle angeheizt. Finde ich ganz geil, eigentlich sich das vorzustellen. Für alle, wir haben hier schon mal drüber gesprochen, aber es ist ja ab und zu ganz gut, auch nochmal Leute an was zu erinnern. Für alle von euch da draußen, die sich ein bisschen mehr für Conor McGregor interessieren, es gibt bei Netflix eine sehr nette Doku. Und da kann man nochmal angucken, was für ein Sportlertyp das ist und ein ganz eigensinniger Charakter. Auch spannender Typ, muss ich es wirklich sagen. Entertainer, ne? Total. Aber dann kommen wir vielleicht mal von einem männlichen Helden zu einer weiblichen Heldin. Und zwar Damsel mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle, was ja, ich meine, das ist auch spannend, ne? Also Riesenkarriere gemacht durch Stranger Things und jetzt ist sie da in der Hauptrolle. Ja, ich meine, ich glaube, finde, dass sie die Story von, jetzt komme ich wieder, von Stranger Things, die Story ist sehr, sehr gut. Die haben ein schönes Gefühl für die Zeit der 80er Jahre auch entwickelt. Aber ich finde es schon, dass die Rolle, die Millie Bobby Brown da spielt, die Elfie, wirklich die einprägsamste von all den Rollen in dieser Serie ist. Finde ich nicht. Also, sie ist sehr einprägsam, aber ich finde, da können ihr andere Rollen auf jeden Fall das Wasser reichen. Ja? Meinst du jetzt von den Jungs aus der Gang? Die Jungs und auch der Sheriff. Ja, ja, klar. Ja, also... Ja, aber... Also ich finde, das ist schon, es ist nicht so, dass sie den, also Stranger Things alleine trägt. Das finde ich nicht. Nein. Sie ist natürlich die Hauptfigur. Da bin ich bei dir, aber sie ist, genau, sie ist ja aber schon die Hauptfigur und ja, ich glaube auch so, ihre Person verbindet man sehr mit dieser Serie. Und deshalb hat Netflix natürlich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ein bisschen das Problem jetzt durch Streik und Co., dass die mit der finalen Staffel nicht so richtig an den Start kommen. Und da ist Demsel, darüber wollen wir jetzt ja sprechen, sehr gute, so ein Zwischenfutter, glaube ich, für alle Fans von Millie Bobby Brown, was da reingeworfen wird. Ja, also ich sage, und dann können wir detailliert drüber sprechen, ich fand ihn echt gut. Ich mochte den auch. Mir hat er richtig Spaß gemacht. Mich hat er total überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet. Und so ist es mir genauso gegangen. Eigentlich wollte ich ihn nicht gucken, weil mir die Story, junge Prinzessin wird in Grube geworfen. Aber du hast ja auch häufig Angst, persönlich. Das ist ja das Ding, also du musst das ja mal für alle erklären, das ist ja nicht so, dass du es nicht, du wolltest nicht gucken. Dann hat mich deine Frau ja noch angerufen und hat gesagt, ey, der Tiger, die gar zu euch durchs Wohnzimmer mit der Fernbedienung, was soll ich mit ihm machen? Und ich habe gesagt, komm, setz ihn mal hin, gib ihm eine heiße Milch mit Honig, lass ihn das mal gucken und wenn das nicht geht, ruf mich an, ich komme vorbei. Um nochmal kurz zu erzählen, wovor Tim so große Angst hatte, es geht in Demsel um die Prinzessin Elodie, die für das Wohl ihres Volkes von ihrem Vater mit dem Prinzen eines anderen Königreichs verheiratet wird, die sehr viel mehr Geld haben und halt ihr ganz viel Mitgift geben. Und dort wird sie aber als Opfer einem Drachen zum Fraß überlassen und muss sich eben wieder zurück in die Freiheit kämpfen. Ja, aber ich finde, also um ganz kurz... Eine Wahnsinnsgeschichte, wenn man mal geht. Ja, nein, die ist natürlich total banal. Aber ich finde, es fängt schon am Anfang an. Ich finde, dass diese Welten echt toll aussehen. Also ich finde, dieser Einstieg mit dem Drachen, das finde ich richtig geil. Dann auch, wie sie dann sozusagen in dieses andere Königreich kommt. Und dann gibt es eine Sache, die fand ich von vornherein gut, weil die nämlich genau das ist, was ich erwartet habe. Dieses klassische Märchen, böse Stiefmutter, liebender Vater. Und von Anfang an kriegt er dieses ganze Gebäude einen Knacks. Also Angela Bassett ist die Stiefmutter, die fürsorgliche. Dann ist Robin Wright Penn und das ist so eine geile Szene, ohne zu spoilern am Anfang. Dann geht Angela Bassett zu Robin Wright Penn, weil Robin Wright Penn ist die Mutter von dem König, der geheiratet, oder dem Prinzen, der geheiratet werden soll und trifft sie auf dem Marktplatz und macht die so ein Kompliment und sagt so, oh, du hast so einen tollen Geschmack und so was. Und Robin Wright Penn sagt gleich so, kann ich, so nach dem Motto, kann ich dir irgendwie helfen? Und sie sagt so, ja, ich dachte, weil jetzt unsere beiden Familien ja zusammenkommen, lernen wir uns mal ein bisschen besser kennen. Und dann fängt Robin Wright Penn so ein Monolog an, so drei Minuten, der ist so böse, aber so gut geschrieben. Sie sind auf dem Motto, wir brauchen keine Familie. Und dann sagt sie ja auch noch den Namen falsch. Und in der Sekunde denkst du schon so, oh, ey, das ist, das finde ich gar nicht so schlecht, was sie hier gerade macht. Und so geht es ja weiter. Also ich finde, also Ray Winston ist dabei. Ich meine, das ist ja wirklich ein geiler Cast auch an Leuten. und also nochmal, um das zu sagen, ich werde echt Spaß gemacht. Ja, also mir genauso. Mich hat abgeschreckt, außer, dass ich natürlich wirklich ein furchtsamer Charakter bin. Hat mich diese Märchen, auch wenn die damit wärmen, es ist gar kein Märchen, so, aber von der Storyline habe ich so, oh, weiß ich nicht. Und dann, nein, war ich angefixt und es ist sehr kurzweilig, man rauscht da gut durch und ich musste einfach sagen, dass Millie Bobby Brown echt gut ist. Finde ich auch. Du hast gerade gesagt, das ist auch drumherum ein starker Cast. Der geht fast ein bisschen unter, finde ich. Also die Rollen, Angela Bassett ist wirklich sehr, sehr kurz eigentlich nur so zu sehen und die Millie Bobby Brown trägt das alleine und das war immer so die Frage, die ich mir gestellt habe. Kann sie das? Kann sie das überhaupt? Weil Stranger Things halt dann doch viele andere Charaktere hat, die echt gut sind, stark sind. von der Grundidee einfach so schlau alles gemacht ist. Hat die das Zeug, so ein Ding allein zu tragen? Und wir haben sie ja vorab schon mal gesehen in Enola Holmes, in den Filmen, die fand ich auch gut, die Filme mit ihr. Nee, ich finde die als Schauspieler richtig, richtig gut. Wobei, das muss ich auch sagen, so in Interviewform und was man so drumherum von dir gesehen hat, ich finde die auch so ein bisschen scary, dieses Mädchen. Die ist so jung. Deswegen. Und die ist so jung und so professionell und so, so, die ist auf alles vorbereitet und die redet, die ist auch so altklug in Interviews, habe ich das Gefühl. Also sie redet so sehr bedacht irgendwie und hat auch zu allen Themen was zu sagen, wo ich immer denke, so wow, wo haben sie die gezüchtet? Wo kommt dieses Wesen her, die so alles so erfüllt? Hat bei mir fast ein bisschen was Unechtes dann immer schon. und so, ja. Aber ich glaube, das ist auch das Medientraining, was du heutzutage irgendwie durchlaufen musst. Und wenn die dir eine Frage stellen zu einem Thema, zu dem du keine Stellung beziehen kannst, dann bist du wieder irgendwie das ungebildete Promi-Kind, was irgendwie nur sich mit seiner eigenen Berühmtheit auseinandersetzt und nicht irgendwie mit irgendwelchen gesellschaftlichen oder politischen Angelegenheiten. Also deswegen glaube ich, wird sie da irgendwie ganz, ganz viel vorbereitet werden müssen. Klar, die werden trainiert, aber es ist auch immer, wie du das am Ende umsetzt und was du alles machst und wie du dann auch auftrittst in der öffentlichen, bei Talkshows, Interviews, wie auch immer. Ja, und plus, was du tust. Die ist ja eine UNICEF-Botschafterin auch schon seit, ich glaube, schon mit 17, 18 ist die eine UNICEF-Botschafterin gewesen und macht das wirklich sehr, sehr gut. Jetzt hat sie ein ganz neues Buch geschrieben auch, 19 Stufen. Solche Leute machen mir immer Angst. Das ist mir immer zu viel Talent, zu viel, ich kann alles. Ja, aber ich finde das immer merkwürdig. Ich finde das total richtig. Also das ist ja das, was du auch gesagt hast, wenn du dir immer die Harry-Potter-Gang anguckst. Also die habe ich damals so ein bisschen mitverfolgt, weil ich die Premiere gemacht habe, habe die immer wieder getroffen, habe da auch in den Sets gedreht. Das ist total interessant. Die sind so jung, werden in so ein Feuer reingeschmissen, genauso wie Millie Bobby Brown, wusste ja keiner, dass Stranger Things so ein Ding wird. Und wie die dann am Ende rauskommen, immer korrekte, wie sie sich benommen haben, um auch ja nicht dieses Bild nach außen zu zerstören. Und dann kann man ja sagen, Emma Watson, auch Alumni von Harry Potter, die hat das ja am Ende so kaputt gemacht, dass sie auch gesagt hat, ich distanziere mich komplett von dieser Welt. Die hat ja auch Jahre lang keine Filme mehr gedreht und muss der erst mal zu sich selbst hin. Ich glaube, das macht auch viele kaputt. Und noch ein zweiter und dritter Punkt, deswegen finde ich Conor McGregor so erfrischend, weil der natürlich ganz anders denkt und so rein klabüstert in diese Sache und alles kaputt macht. Und deshalb guckst du auch gerne The 50. Das sind alles Leute. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Da zieht ihr direkt den Zahn. Hat nichts mit The 50 zu tun, aber das hat was mit den Oscars zu tun. Das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Diese Problematik, dass die Leute immer mehr darauf geeicht werden und irgendwann wird es dann so sein wie die Fußballer, die am Mikrofon stehen und nach irgendwas gefragt werden und sagen, das war nicht ich, das war das Team. Nein, nein, ich habe sie gar nicht danach gefragt, wie das Spiel war vor, sondern ich wollte einfach wissen, wie geht es ihrer Mama? Wir haben gehört, dass sie umgefallen ist. Die sind ja nur noch in so einem Tunnel, weil alle von draußen immer sagen, pass auf, was du sagst, pass auf, wem du sagst, weil das kommt alles zurück. Das ist ja ein Problem unserer Mediengesellschaft, dass die so gedrillt werden und ich finde es so schade, weil ich finde, eine Millie Bobby Brown mit 21 möchte ich von ihr gerne mal was anderes hören. Ich würde von ihr gerne mal hören, ey, das war einfach das Geilste für mich. Ich bin jetzt irgendwie Actionheldin und das war großartig und habe mir den Zeh gebrochen und blutig gewesen und das passiert ja gar nicht mehr. Es ist alles nur so, ja, es nervt. Ja, aber ich glaube, weil du gerade Conor McGregor auch nochmal genannt hast und deshalb bin ich auch auf The 50 nochmal gekommen. Aha. Das eint diese Leute. Du guckst nämlich heimlich The 50. Nein, das eint aber, glaube ich, diese Leute auch mit Conor McGregor, die suchen das Rampenlicht. Also Conor McGregor ist einfach total geil da drauf, in den Medien stattzufinden, egal in welcher Art und Weise das ist. Und er weiß das, der ist ja Plietsch auch in dem Sinne, der weiß das auch wirtschaftlich umzusetzen, der verdient wahnsinnig viel Geld damit und davon träumen ja. Aber der kann ja was. Der kann was, ja. Also der ist Weltmeister der UFC gewesen. Ich meine, der hat dieses, wie viele Jahre lang war der da the one and only? Und das ist ja der Gegensatz zu The 50. Der ist ja keiner, der jemals on the top war und tut mir leid, das sage ich jetzt ganz ehrlich, keiner von denen hat jemals auf einem Level gearbeitet, wo du jetzt im Nachhinein sagst, okay, dann lass ihn jetzt den Kram machen. Conor McGregor wird nicht nochmal Weltmeister, glaube ich. Da sind einfach zu viele zu gut, er ist zu kaputt, er versucht es ja trotzdem nochmal zu machen, aber er hat eine Nische getroffen. Das ist der Unterschied. Ja, aber es ist glaube ich auch so ein Mindset, einfach Bock auf diese Welt zu haben und auch Bock auf Medien zu haben und die Aufmerksamkeit. Das sind ja nicht nur die Medien, das ist ja die Aufmerksamkeit der Leute auch. Wenn du Promi bist und du bist ein Conor McGregor, aber du bist auch eine Emma Watson oder ein Daniel Radcliffe, wenn wir bei der Harry Potter Welt bleiben, die können nicht, du kannst nicht mehr einfach so durch die Straßen laufen und hier und da essen gehen oder shoppen gehen, wie auch immer, sondern es werden immer Leute da sein, die dich anglotzen, die dich ansprechen, die was von dir wollen und da muss man Bock drauf haben oder einen Weg finden, wie man damit klarkommt und Emma Watson ist da nicht mit klar gekommen. Nee, aber ja, ich glaube trotzdem, also manchmal macht der öffentliche Druck dir einen Strich durch die Rechnung und du bist nicht mehr Herr deiner oder Frau deiner eigenen Privatsphäre. Ist so. ich glaube aber trotzdem, dass du einen gewissen Grad an Authentizität dir immer erhalten kannst, ohne dass das in die Hose geht. Also wir reden jetzt ja über die Super-Superstars, also ein Brad Pitt und eine Angelina Jolie, als die zusammen waren, die hatten halt für jedes Kind einen Bodyguard, für jedes Kind einen Nanny, selber noch drei Bodyguards, wenn die irgendwo aufgetaucht sind, sind alle durchgedreht. Das ist ja das Problem. Die wollen sich irgendwo hinsetzen, sitzt irgendein Paparazzo und schießt Bilder mit denen und dann fängst du halt an, selber die Paparazzo zu benutzen und zu sagen, hör zu, ich gehe heute mit meiner neuen Flamme, komm da hin, schieß ein Foto und dann habe ich das Ding weg. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt dann auf der anderen Seite, die das brauchen. Und da gibt es bei The 50 auch Menschen, die sagen, ey, ich will eigentlich, dass keiner sieht, wenn ich jetzt wegfahre, aber ich sage dir jetzt schon mal, liebe Bild-Zeitung, in welchem Hotel ich untergekommen bin, falls du mir hinschickst. Da gibt es ja, und ich nenne jetzt all diese Namen nicht, weil dann kriegt man Ärger, aber es gibt so viele, Timmy und Anja, die wir kennen, also aus eurem Job und aus meinem Job, das ist eine Riesenschnittmenge, wo du weißt, die können nicht anders, als die ganze Zeit alle Leute daran teilzuhaben, was sie machen. Ja, das Schlimmste für diese Leute ist, wenn nicht über sie berichtet wird. Und das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und das geht bis in hohe Hollywood-Kreise rein. Also ich habe ja mal früher für ein Boulevard-Magazin auch gearbeitet und von dem es auch einen Ableger in den USA gibt. Und ich weiß von meinen USA-Kollegen, dass damals Angelina Jolie, ist genau so ein Fall auch, die hatte eine Phase, da musste über sie, die war süchtig nach Berichterstattung über sie. Und Angelina Jolie hat bei diesem Magazin angerufen damals und gesagt, ich bin mit meinen Kindern hier und da auf dem Spielplatz, kommt vorbei, könnt ihr Fotos machen. Also selbst in diesen Kreis geht das rein. Ich glaube auch, dass du sowas dann auch mal nutzt, keine Ahnung, wenn jetzt, ist jetzt nur in die Tüte gesprochen, aber wenn du so ein Beispiel bringst mit den Kindern irgendwie auf dem Spielplatz, wer weiß, vielleicht hatte sie zwei Wochen vorher irgendwie eine Schlagzeile, sie würde sich nicht um ihre Kinder kümmern oder seine schlechte Mutter oder irgendwie sowas und dann ruft er halt jemanden an, um halt das irgendwie so vermeintlich wieder gerade zu rücken. Aber ich möchte noch ganz kurz zwei Sachen zu Demsel sagen, denn je länger ich über diesen Film auch nachgedacht habe, umso toller fand ich den, weil er eigentlich auch ja schon ein Film für die ganze Familie ist, könnte man sagen. FSK ab 12, aber auch jetzt nicht ohne. Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt Junge, noch nicht ganz Teenager so wirklich da drauf reagieren, aber diese Elodie ist so ein mega cooler Charakter, weil die ja aus ihrer Wut einfach wahnsinnig viel Kraft und Stärke zieht und halt so ein Durchhaltevermögen und sie hat so MacGyver-mäßige Moves irgendwie in dem Film. Sie hat so ein bisschen Tribute von Panem, Glück und Cleverness und sie hat halt einfach mal eine ganz krasse Rambo-Mentalität und das finde ich so mega, auch wie sie ihr Brautkleid nutzt, was ja so total over the top, opulent, unpraktisch und sowas alles ist, um sich durch diesen Drachengraben da zu schlängeln und wie das quasi von irgendwie so einem gediegenen, opulenten Brautkleid zu so einem später Minidress ja irgendwie wird, was fast so Alexander McQueen-like ist. Das fand ich auch irgendwie super cool und das ist so der ganze Leitfaden des Films auch, dass der so Frauen getrieben ist und die Männer eigentlich eine total unerhebliche Rolle spielen und im schlimmsten Fall halt nur den ganzen Ja und halt den ganzen Ärger überhaupt das eingebrochen haben, ne? Mit dem König da vor ein paar hundert Jahren, der das Schlamassel erst überhaupt Lustig, aber das habe ich auch gedacht, das ist eigentlich ein feministischer Film, der Demsel. Ja, auch dass der Drache eine Drachin ist. Ne und vor allen Dingen, ich finde das geil ist und wir haben ja eben über Roadhouse gesprochen, der ja relativ flach ist, Testosteron getrieben, Jake Gyllenhaal trägt die Hälfte der Zeit eigentlich das Hemd offen oder gar kein Hemd und bei Demsel ist es so smart und das klingt jetzt auch so klischeebehaftet, aber ich habe mir den richtig gerne angeguckt, weil sie eine richtig coole Rolle spielt einfach. Das ist ja wie bei Tribute von Panem mit Jennifer Lawrence, das war ja auch ein geiler Film mit einer sehr starken Frauenrolle, die einfach wirklich mal richtig cool geschrieben wurde und auch richtig gut umgesetzt wurde und du nimmst dir das halt ab, ne? Und das gab es ja in der Vergangenheit schon häufiger, auch mit Halle Berry oder der Ex-Frau hier Jennifer Garner und sowas, da gab es ja auch ganz viele Actionfilme, die versucht haben, auch in diese Richtung zu stoßen, die zum Teil auch sehr, sehr gut waren, auch von der Action her, aber deswegen, also ich, Double Thumbs up sozusagen für Demsel. Und wo ihr so darüber sprecht, mir geht das gerade auch so richtig auf, dass auch Roadhouse, muss man sagen, die Frauenrollen in Roadhouse, das sind solche Alibi-Rollen, die da eingebaut worden sind, damit man, ja, nochmal ein, zwei Frauen dabei hat irgendwie, aber eigentlich haben die auch, der Love Interest von Jake Gyllenhaal spielt ja am Ende gar keine Rolle dann. Ne, ganz anders als Kelly Lynch jetzt im ersten oder in dem Original. Ne, aber ich finde, das hast du super zusammengefasst, André, ich finde das auch echt cool und es macht richtig Spaß, diesen Film, also können wir nur empfehlen. aber vielleicht nochmal kurz zu Millie Bobby Brown selbst. Ich habe jetzt so eine geile Geschichte gelesen und zwar Matthew Modine, ihr sozusagen, der Vater von Eleven aus Stranger Things, den ich ja früher cool fand, der hat Birdie gemacht und ganz tolle Filme und dann hat er ja immer, kennen die diese Videos, die er gemacht hat, so ein bisschen cringe, wo er sich bewirbt für die Rolle von Dr. Strange und sich so angezogen hat und dann hat er die immer zum Marvel geschickt, ist der nix geworden, das ist ja Benedict Cumberbatch. Auf jeden Fall habe ich gelesen, dass der in seiner Freizeit das Priesteramt erlernt hat und Menschen frei trauen darf. Genau, und Millie Bobby Brown hat ihn gefragt, ob er sie traut. Ja, und weißt du, wer ihr Verlobter ist? Das soll die gerade wissen, das ist der Sohn. Das ist der Sohn? Nee. Der Sohn von Jake Bon Jovi? Der Sohn von John Bon Jovi. Ach, der Sohn von John Bon Jovi. Und deswegen gehe ich zu dieser Gott, ich werde der Wedding-Crasher number one. So, und wirklich, ich sehe es jetzt schon vor mir, John Bon Jovi wird höchstwahrscheinlich auf der Hochzeit von Millie Bobby Brown und Jake Bon Jovi wird John Bon Jovi singen. Ey, und wenn du, du bist doch, ihr seid doch an der Quelle, ihr wisst doch, wo geheiratet wird. Natürlich wissen wir das. Ja, dann sagt mir wo. Und wann. Mal gucken. Hoffentlich macht sie einen Doppelnamen, dann heißt sie Millie Bobby Brown Bon Jovi. Das klingt ganz cool. Das ist echt ganz cool. Ich glaube nicht, dass sie das machen wird. Stell dir mal vor, ich möchte jetzt einmal Wedding-Crasher sein. Was macht denn Jacob Bon Jovi eigentlich beruflich? Weil das weiß ich gerade gar nicht. Der ist einfach Sohn. Sohn. Ich weiß es auch nicht. Ich habe das nur gelesen, als ich gelesen habe, dass Matthew Modin die frei trauen soll, dachte ich so, okay, das ist schon ein bisschen cringig mit Matthew Modin, so eine freie Trauung. Dann macht er sich so lange Haare, trägt so einen weißen Leinenanzug und dann steht er im Wind und dann erzählt er irgendwas und dann denke ich schon so. Also ich habe jetzt hier mal kurz gekocht, Jacob Bon Jovi ist selbst Schauspieler. Oh. Aber er wartet noch auf die große Rolle. Hast du seine Filmografie gecheckt? Steht da schon was drin? Noch nicht so richtig, aber es kommt sicherlich noch was durch diese Hochzeit. Ja. Für der Durchstaben. Na gut, aber dann wünschen wir der Demsel alles Gute und wir freuen uns und das können wir ja vielleicht nochmal zum Abschluss auch nochmal thematisieren und da kommen wir wieder dazu. Ist das absichtlich geleakt worden von der Broccoli-Family oder ist das wirklich ein Versehen gewesen oder ist das jetzt wieder irgendein Täuschungsmanöver, dass Aaron Taylor-Johnson der neue James Bond ist? Haben wir ja schon drüber gesprochen. Finden die eine super Wahl, altersmäßig, perspektivisch. Also das müssen wir jetzt hier mal sagen. Viele Medien verkaufen das jetzt so als Breaking News und sie hätten es als Erste gehört und so weiter. Hier. Hier war das, liebe Freunde. Wir haben hier schon wirklich. Hier war das Ding. Ja, da hat Steven die Sache öffentlich gemacht. Vor einem halben Jahr, glaube ich, haben wir das erste Mal darüber gesprochen, dass unser Meinung nach der das wird und die Informationen, die wir zu dem Zeitpunkt schon hatten, unsere Insider uns auch gesagt haben, dass Aaron Taylor-Johnson der neue James Bond wird. Und ich glaube nicht, dass sie es absichtlich geleakt haben. Ich glaube, dass einfach so viele Leute in diesem Bond-Umfeld da sind, dass es einfach wahnsinnig schwer ist, Sachen immer geheim zu halten. Und da wird irgendjemand abends beim Essen mit Freunden erzählt haben, so hey, unter der Hand, aber erzähl das bloß nicht weiter. Wir sind mit Aaron Taylor-Johnson uns mehr oder weniger handelseinig. Jetzt muss nur noch die Tinte unter den Vertrag und dann geht es los und dann hat es jemand weitergeplappert. Das glaube ich. Aber ich finde die Entscheidung, also jetzt auch vor allen Dingen im Kontext dessen, was alles bei ihm passiert. Also er spielt jetzt in The Fall Guy, spielt er jetzt da mit. Dann spielt er Craven the Hunter, also ein Superhelden in der Marvel-Welt. Und das machst du nicht einmal, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich auch überlegen, Mensch, das könnte ja eine Filmserie werden. Das ist schon Wahnsinn zu sehen, was der da jetzt gerade reißt. Ja, irre. Aber ich glaube, ich habe jetzt Bullet Train gesehen, läuft bei Netflix auch. Guter Film. Guter Film. Und ich finde ihn richtig gut in der Rolle. Und da habe ich, als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, weil er ja auch so im Anzug da rum ist, kann ich mir als Bond sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ich glaube, das war auch der Look, den sie so vor Augen hatten, dass sie wieder so mehr in diese Roger Moore-Richtung gehen, irgendwie so ein bisschen geschniegelter, ein bisschen humoriger. Und da hätte halt... Ich glaube, Fritt ist der Typ. Übrigens gibt es eine Kino- oder Couch-Folge mit Aaron Taylor-Johnson zu Bullet Train. Könnt ihr euch anhören? Habe ich damals mit ihm gemacht. Kurz vor. Glaubt ihr denn, dass es jetzt irgendwelche vertraglichen Schwierigkeiten gab oder Terminprobleme, wenn er mit anderen Projekten schon so busy ist? Oder habt ihr eine Theorie, was da der Grund sein könnte? Weshalb sie sich nicht einig wurden? Also es wird, glaube ich, wirklich eine große Frage bei diesen Leuten ist immer die Terminlage, weil der vielleicht Verträge abgeschlossen hat, die er jetzt erstmal wegdrehen muss, bevor sie loslegen können. Vielleicht darf er auch nicht in ein größeres Projekt einsteigen, bevor Craven the Hunter ist ein Riesending, dass die nicht so eine Ablenkung davon haben wollen, dass alle, wenn jetzt bekannt wird, dass er der neue Bond wird und das öffentlich gemacht werden wird, dann wird auch bei der ganzen Promotour zu Craven the Hunter wird es nur um James Bond gehen, weil das Franchise natürlich viel größer ist als dieses Superhelden-Franchise. Aber ich meine, überleg mal, was da passieren könnte. Also die Frage ist ja, wie viele Filme, sagen die fünf machst du oder drei? Also die müssen ja, also Nummer eins, müssen die jetzt etwas bekannt geben, weil sonst fällt das hinten runter. Sonst werden die überholt von anderen Sachen und irgendwann hat dann kein Mensch mehr Bock auf einen James-Bond-Film. erst mal in Anführungszeichen überspitzt gesagt. Vertragslänge, das ist jetzt Anfang 30, glaube ich, die machen fünf Filme. Und dann ist ja die große Frage, ist ja auch gerade, haben wir auch drüber gesprochen, Christopher Nolan. Das finde ich ja die viel spannendere Frage. Da haben Anja und ich letzte Folge auch, als Steven mal zum Glück nicht dabei war, drüber gekratscht. Das ist der viel spannendere Punkt, das ist eigentlich gar nicht, wer wird der Darsteller, sondern wer dreht das Ding, weil davon so viel abhängt, wie so ein Bond auch wird. Also, weil wir sprachen letzte Folge über The Gentleman und Guy Ritchie und dass der so eine eigene Bildsprache hat irgendwie. Wäre auch gar nicht schlecht. Ja, auch ein Britte. Total spannend, wenn so jemand mit... James Bond machen würde. Total. Und das finde ich viel spannender, als ob das jetzt Aaron Taylor-Johnson oder Idris Elba oder wer auch immer wird. Vor allen Dingen, Christopher Nolan hat nach den Oscars kurz mal eine Null hinten dran gehängt an seinen Gehaltscheck. So ist es, genau. Weil der sagt jetzt auch, Leute, ich mache das und dann aber nur back to back und dann packen wir aus. Dann holen wir den Gehaltscheck raus. Auf der anderen Seite, Nolan mit einem neuen James Bond, da gehe ich schon mal davon aus, dass das Ding Box-Office-Rekorde knacken wird. Das wiederum führt mich zurück, so ein kleiner Fun-Fact. Jake Gyllenhaal, über den wir heute ja viel gesprochen haben, war eigentlich auch im Gespräch für The Dark Knight von Christopher Nolan für die Batman-Rolle. War sogar schon so weit, dass er das gibt bei den Vorstellungsgesprächen, die haben ja verschiedene Stufen. Erstmal, dass man sich so trifft, dann wird es immer intensiver und dann bei Batman ist irgendwann der Punkt gekommen, wo du das Kostüm anziehst. Und da war Jake Gyllenhaal schon. Der hat das Kostüm für Batman schon angehabt, für The Dark Knight. und dann hat es aber doch Christian Bale die Rolle bekommen. Aber Jake Gyllenhaal wäre auch echt gut gewesen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also in dem Kostüm und dann vor allen Dingen auch als der Multimilliardär. Aber wie gesagt, ich hoffe ja, ich drücke Jake Gyllenhaal einfach nach wie vor die Daumen, dass der jetzt nochmal so einen richtigen Breakthrough hat. Ja, ihr Süßen, das war toll. Ich muss jetzt The Fifty gucken. Hört uns weiter, bitte. Du erzählst uns nächste Woche, wie es ausgegangen ist. Dann triffst du dich mit Cosimo auch privat eigentlich. Cosimo ist der, der acht Sätze redet und um dich kein Wort versteht. Und gleich in der ersten Folge sich nackt auszieht, um im Pool zu springen. Vor allen anderen. Alle sind da und dann, oh, das ist ein Pool. Und dann zieht er sich nackt aus und hüpft im Pool und du fragst dich so, was soll das alles, warum? Und da habe ich mir gefragt, der passt kurz gut zu dir, Steven. Also eigentlich, glaube ich, versteht euch ganz gut. Ich check das mal mit Cosimo. Tschüss. Wiederhören. Bis nächste Woche.